Das ist mir Kani-Mani auch noch vergiftet, ey, das gibt's nicht. Dafür wirst du büsten! Ahoy, Freunde der Pokémon und Pokémon-Trainer aus der Welt. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Pokémon 3D. Yeah. Yo, wie gesagt, ich hab mir den Raubi gefangen. Ah, Pokéball. Äh. Gut. Komm schon. Jawoll. Ja, ich muss mein Team aufstocken und so. Ihr könnt auch mal unten in die Kommentare reinholen, was ich noch so fangen sollte. Also, je nachdem, was ich jetzt noch so unterwegs treffe. Oh, gut. Wir sollen uns auf den Weg machen, den nächsten Start. Und mal anfangen, die Orden zu sammeln. So. Das ist schon mal passiert. Im Nebenher werde ich noch das Raubi trainieren. Und dann schauen wir mal, ne? Oh, ja. Oh, ja. So, da hatten wir gerade eben noch. Ähm, ähm. Okay, jetzt schon besser. So. Komm schon. Jawoll. Der hat gesessen. Bam. Der hat gesessen. Die Überzeitfehler wäre auch wirklich überhaupt. So, die Aprikort nehmen wir dann mit. Aprikorto meine ich. Das ist mal angewöhnt, die deutschen Namen zu sagen. So, was geht bei den Bären ab? Okay, die wachsen erst noch. Schade. Okay, cool. Ähm. Ja, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg, ne? Die ersten Trälerkämpfe und so. So, ich bin gespannt. Ja, okay. Raubi gegen Raubi. Das ist sehr interessant. So. Ja, das hat gesessen, ey. Go, go, go. So. Naja. Wie jetzt? Und nochmal. Ja, das Zwing-Shot, ey. Echt. Ist mir egal. Jawoll. Und? Yay. Level up. Okay. Ich fühl. Ich habe verloren. Ich versuche mehr Pokémon zu finden. Halt. Du siehst schwach aus. Los. Lass uns kämpfen. Ja, super. Okay, ich verliere. Also. erstmal. Ähm. Dafür nehme ich erstmal. Wieso. So. Ja. Das ist jetzt absolut so wild gewesen. Ich weiß, dass Ratz-Ratz schneller ist. Mist. Noch schneller als es ist. Aber der hat gesessen. So sollte ich mir keine Sorgen machen. Dann setze ich die Attacke nochmal ein. Da haben wir auch das erste Pokémon geschafft vom Trainer. Ja. Sehr gut. Auch schon besiegt. Wieder verloren. Mist. Aja. Ein bisschen Kohle haben wir auch gekriegt. Hey. Kann ich deine Nummer haben? Ja, natürlich. Ich rufe dich an wenn ich unbedingt kämpfen möchte. Ja okay. Und ich aus. Ja. Ja. Das hast du gerade eben gesagt. So. Wie geht's allen so? Hmm. Ich sollte vielleicht doch.... nur so weil ich es kann aber nochmal speichern nicht das spiel neigt doch gerne zum absturz habe ich mir sagen lassen so weiter geht es dann doch zum nächsten ab oder ne doch du bist der pokémon trainer oder da musst du kämpfen der burke hat natürlich kann ich wahr sein ja was war ich denn vielfach mal langsamer und das geht der war gut ja lol kritiker hat ok ratzfratz nochmal stringshot um langsamer zu machen ja das sieht man warum ich nehme wieder wieso sollte auch noch trainiert werden wie gesagt haut in die kommentare unten rein was ich noch so fangen soll was ihr jetzt so gesehen hattet könnt ihr mal ein team zusammen stellen wo wir erfolgreich der champion von joto und dann in zukunft auch der champion von kanto werden so ich wollte ja genau das wollte ich bam oh der hat gesessen nice ja tailwip ist ok nur mal ruckzuck hieb dann passt das ganze ja alles klar ja ja da wird 8 wie so wuuu ok traurig eigentlich wieder neues level ja ja das seltsam davor habe ich gewonnen aber wieder bisschen knete gekriegt ja wie aus war das mit dem pokémon ich spare mir jetzt schnell die tränke ich mache hier noch mal einen cut und geht zum pokémon so da wäre ich wieder und weiter geht's den damals besieg gehabt hübsches nichts ob in die wiese das ist der nächste trainer so hier ist auch nichts wildes ich bin kein trainer wenn du einen in die augen siehst dann bereite dich auf einen kampf vor alles klar so ist das ein trainer ja anstatt eines g von pokémon traf ich auf einen trainer ok uli alles klar ok hobby alles klar so sein hobby hat level 3 also kein problem für mich sein und das habe ich schneller aber er hat gesessen vielleicht ziemlich ich nur vielleicht sogar noch mal täglich geht es mal schneller sehr nice ja level 6 so war wir doch zeit okay noch ein hobby ja gerne doch habe ich nichts gegen das wäre echt gut gewesen so noch mal täglich und schon und er hat gesessen weiß so und das war es schon der käfer sammler uli ist besiegt ach du bist zu stark erwart mal ab so wieder ein bisschen knete gekriegt weiß jetzt ernsthaft durch eine höhle bin ich bin doch nicht falsch abgebogen kichig ich sagten was sagten personen selber mann hat dunkelhöhle in einem pokémon für licht sorgen könnte würde ich sie erforschen ja das wäre blitz das ist auch mal ein heiltrank nice was man nicht alles findet wir sind in der nächsten stadt gleich das ist cool da ist noch ein pokémon bei der schwarze ab wissen wahrscheinlich trainer ich lege mich mit dem an glaube ich nicht ok heute bin ich auf der suche nach pokémon nach zu viel pokémon zu viel gelaufen ok meine füße schmerzen und ich bin müde wenn ich ein wildes pokémon wäre würde ich mich leicht fangen lassen alles klar so schwarze abgebogen weiß unser nachtball glaube ich so das ist aber ein trainer oder ich habe einige pokémon gefangen lass uns kämpfen alles klar krieg ja ich könnte kritisch werden ich könnte aber auch glück haben ja klar jetzt wird es aber knapp meine robbie sollte man trank benutzen vielleicht ok robbie ist besiegt meine robbie kriegt erfahrung so und was bringt da noch meine robbie das wird mir echt langsam zu gefährlich ich wechsle das pokémon ja dann machen wir mal keine mani wieder das ist ja unser partner so er hat mal gar nicht gesessen so was haben wir denn hier machen wir den da scratch kratzer und der hat gesessen und kommt nochmal alles klar ein bisschen ja immerhin auch horne die jungen alles klar immer wieder kratzer sollte eigentlich sitzen ja ordentlich so gut komm schon nein so glück sind wir gleich in der nächsten start das ist mir kann die mani auch noch vergiftet ey das gibt es nicht dafür wirst du büsten jawoll nochmal ein raubi oh man leute oh ja der war gut oh jetzt kommt auch noch das gift dazu natürlich komm schon du hast ja genau würde ich auch gerade sagen die oranbeere ist jetzt nicht mehr so toll der hat gesessen jawoll level 9 nice komm zurück raubi käfer sammler crack ist besiegt und wieder ein kleist bisschen knete gekriegt lass uns zumal austauschen ich möchte demnächst noch einmal gegen dich kämpfen wie die leute immer verlieren wollen von mir aus ich melde mich sobald ich gegen dich kämpfen möchte alles klar tu das ich sehe das jetzt jetzt mal noch ein pokémon schauen oh man ey ach ich wechsle jetzt mal wie so speichern wir auch nicht schlecht nochmal einfach so weil ich es kann so jetzt mal gucken was da liegt also beim pokémon nur ok ich dachte das wäre vielleicht ein item oder so aber nein ah ja da kommt er durch ok und natürlich nichts passiert so wir haben es in die nächste stadt geschafft aber ich würde gerne wissen was der herr erzählt ok ich habe ein gutes pokémon in der dunkelhöhle gefunden ich ziehe es groß um später gegen falk anzutreten er ist der arena leiter von viola city ja dann würde ich mal sagen willkommen in viola city und jo so ich bin zu weit gelaufen ich sollte zu hause noch bam und da sind wir in viola city herzlich willkommen Leute hier ist schon ganz andere musik so ja ich würde mal sagen pokémon sender und so alles klar hallo und willkommen gut ja erstmal pokémon heiler ja bitte bam 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 jetzt müssen wir auch mal trainieren damit wir gegen falk antreten können ist ja glaube ich äh sind das ja luft pokémon flug pokémon vögel und so ein zeug ne birds and shit so nice so was gibt es denn hier noch so da das gucken wir mal ein bisschen na ok das ist so Dings am connection was hat denn der Mann da es war vor etwa drei Jahren Team Rocket hatte etwas übles mit dem pokémon vor aber die Gerechtigkeit hat gesiegt ein junger Trainer hat sie zerschlagen ja das war wahrscheinlich aus Kanto so was sagt denn der da ja ein Teenager namens Julian hat mich auf Rote 30 besiegt sein Ratz Ratz war in Topform na den habe ich aber dafür platt gemacht ja ähm pokémon tausch sollten wir schon mal tauschen ok da brauche ich jetzt ein Item wieder geben ja da gibt mal einen Trank ja ja angegeben nochmal speichern so nice so Leute ähm ich denke mal das war's wir haben es jetzt noch Violat City geschafft Trainerkämpfe haben wir auch ziemlich gut überstanden ne ja und wie man nun sieht ähm ich weiß nicht ob ihr das kennt das ist der Knofenzerturm also ich kann mich noch daran erinnern auch wenn es schon über 100 Jahre her ist und ich denke mal da wird man da mal reingehen uns mit ein paar Leuten anlegen und das Raubi trainieren wie gesagt haut man die Kommis rein was ich noch so fangen soll ähm es wird auf jeden Fall bestimmt Tratzfratze geben Taugis ähm im Turm selber weiß ich jetzt nicht genau aber so wie ich die Dings die Blütchen zockt das auch die ist ja jetzt halt ein bisschen weiter die nimmt auch nicht auf und so äh da gibt es sogar Nebulak ob ich mir Nebulak anlegen sollte eigentlich eine interessante Idee oder? haut es in die Kommis ich freue mich lasst einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video Ciao